So machst du richtig geile Fitpics. Step 1, natürlich ein geiles Fit. Schritt 2, eine passende Location. Hier solltest du darauf achten, dass sie sowohl farblich als auch vom Vibe mit deinem Outfit matcht. Ein Classy-Fit passt nicht so gut in den U-Bahnhof und ein Block-Core-Fit passt nicht in den Festsaal. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Schritt Nummer 3, die passende Pose. Hier hast du mal ein paar Beispiele zur Inspo. Schritt 4, der passende Winkel. Der Winkel macht viel aus und entscheidet mit darüber, worauf der Fokus des Wildes liegt. Außerdem kannst du, wenn du willst, etwas größer wirken, wenn du das Bild von unten machst. Step Nummer 5, richtig fotografieren. Achte darauf, schön zentriert im Bild zu sein. Am besten schaltest du dafür diese Raster hier an. Kleiner Geheimtipp, stell die Linse auf 1,4, dann siehst du eher aus wie ein Real Life. Außerdem sollte der Fokus auf dir sein und die Belichtung richtig eingestellt sein. Und geh mit jemandem die Bilder machen, der auch Bock drauf hat und sich die Zeit nimmt. Schritt 6, mach wirklich genug Bilder und such dir später in Ruhe die Besten aus. Jetzt weißt du.